Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute sind wir in Bloxburg, ich habe Robux bekommen und habe mein Outfit geändert. So sehe ich jetzt auch. Und ich habe mein Haus in Bloxburg gekauft, habe alles umgeändert und ich will euch jetzt das ganze mal zeigen. Also, es ist erstmal so, also so sieht es von draußen aus, wenn man reinkommt. Dann hat man hier eine Klingel, ich habe aber den Ton ausgestellt, weil im letzten Video habe ich auch schon im Herbst beim Bearbeiten, dass es immer zu laut war, bei einem Moment. Aber ja gut, ja, mache ich erstmal auf. Dann sind hier zwei Bilder, die finde ich sehr schön. So, so. Und dann hier das, das ist der Flur. Dann gibt es hier solche Sachen mit so einem schönen Poster und hier gibt es keins. Ich weiß nicht, wo es hin ist und hier sieht es so aus. Dann habe ich hier eine Gitarre, ein Klavier, dann ist hier die Couch, eine Fernbedienung, Bücher, Fernsehen, schönes Poster. Dann hier ist jetzt mein Büro mit so einem, ich weiß nicht, wie man die nennt, aber es ist jetzt so ein grünes Licht. Okay, dann ist das mein Zimmer, das ist blau und hier sind Bücher und so alles und das hier ist der Badezimmer. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Okay, ups, nein. So, dann, wenn man hier lang geht, dann ist hier die Küche. Ich brauche Licht. So, dann ist hier die Küche, es ist jetzt in Blocks spät, also wundert euch nicht. Dann haben wir hier einen Mixer und hier haben wir so ein, ja, Eis. Keine Ahnung, also wenn man braucht es nicht, das kostet zwei Dollar, also ein Spiel. Und dann hat man so, wo man essen kann. Dann ist hier so ein Waschbecken, Toaster, alles mögliche. Und hier kann man sich halt hinsetzen. Dann habe ich das hier komplett umgeändert, weil ich das so ein bisschen naja finde, gefunden habe und zwar zu einem Kinderraum. Ich werde dann auch ein bisschen Videos machen, ja, also mehr Videos von Blocksburg werden kommen. Und ja, also hier ist so eine Lampe, die finde ich sehr süß. Und dann hier ist ein Bett. Hier sind drei Kuscheltiere, ein Einhorn, ein Tintenfisch, meine Katze. Hier sind uns die Sachen, ein Computer und ein Stuhl mit einem Tisch. So, dann sind wir gleich fertig. Aber es geht hier noch weiter. Und zwar ist hier, also das hier ist unser Garten. Das ist der Garten. Hier kommen vielleicht noch Sachen, wenn es in Blocksburg Sachen fürs Garten geben wird. Dann werde ich das hier auch renommieren. Ah, wie vieles sage ich da? Hier erstmal Licht an. So sieht das besser aus. Ähm, ja, also ich habe hier da eine blaue Rutsche hinzugefügt. Und dann sind da drei Bälle. Das ist Wasser, also das ist ein Pool. Und ja, hier kann man sich hinsetzen und kleine Tüche, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, so sieht das aus. Man kann da schön rein. Und ja, dann haben wir natürlich, also ich, hier sage ich es wir. Naja, hier gibt es noch eine Garage. Da kann man von hier noch rein, also da hinten. Moment. Man kann von hier rein, aber ich gehe jetzt von draußen rein. Moment. Also hier haben wir hier auch noch Blumen. Also das ist die Garage. Ein rosanes Auto und so ein Ding für mein Kind. Ähm, die darf dann, wenn sie zur Schule geht, ähm, also nach der Schule, darf sie dann mitfahren, spielen, was auch immer. Und wenn ich sie bringe, dann haben wir hier so ein Auto. Ja, also so sieht das ganze Haus aus. Ähm, ich habe alles umgeändert. Also nicht alles, aber vieles. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das ganze findet. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal. Tschüss.